Grüß Sie bei Ihnen schon. Wie lieben Sie da, haben Sie schon in der Spiegel? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Er kann nicht verlieren. Zwölf Titel in vier Jahren. Einzel, doppel, mixt, viermal das Dribbel, auch 2017 wieder. Und er ist erst 15. Frage, wer soll ihn also in den nächsten beiden Jahren noch schlagen? Er ist gut. Ich brauche mich auch immer noch nicht mehr an das Dribbel, aber...